Herr Dugas, die Medizininformatik ist mit ihrer Gründung in den 70er Jahren eine vergleichsweise alte Disziplin. Ist die Digitalisierung in der Medizin deswegen auch schon weiter vorangeschritten als in anderen Disziplinen? Sie haben recht, man hat sehr früh begonnen in der Medizin Computersysteme einzusetzen, zunächst vor allem im Bereich der Forschung. Später dann, so um die Jahrtausendwende, standen die Abrechnungssysteme in Klinik und Praxis im Vordergrund und jetzt in den letzten Jahren mit den neuen Möglichkeiten, die Entwicklung der elektronischen Patientenakte, auch die großen Datenmengen, vor allem die genomischen Daten. Es gibt aber noch sehr, sehr viel zu tun. Also das ist einfach so, die Medizin ist ein großes, wirklich großes Feld. Deswegen sind wir weiter als woanders. Wir haben schon mehr gemacht, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Mit dem Zusammenhang ist ja mal davon einer Datenexplosion regelrecht die Rede. Es gibt immer mehr Daten, es gibt immer mehr, vor allem immer mehr ältere Patienten. Auf der anderen Seite bleibt die Zahl der Ärzte und deren Zeitkontingent ja irgendwie stabil. Kann oder muss die Digitalisierung in der Medizin besonders hilfreich sein? Das ist eine sehr richtige Beobachtung. Wir haben mehr Daten pro Patient, wir haben mehr Patienten und wir haben eher weniger Ärzte. Das heißt, diese Systeme, die sind unverzichtbar, um den Behandlungsprozess zu organisieren. Die müssen unterstützen. Die müssen wie ein Navi für den Arzt den täglichen Ablauf einfach sinnvoll begleiten. Aber da gibt es eben auch eine ganze Reihe von Aufgaben, die künftig auch der Patient wird übernehmen müssen. Also ich glaube, die Patienten müssen sich da aktiv einbringen. Es gibt ja sehr, sehr viele Patienten-Apps. Wir haben auch hier in Münster das Mopat-System entwickelt, das genau diesen Ansatz verfolgt, den Patienten da aktiv einzubringen. Apropos Mopat, was ist der grundlegende Ansatz dieses Portals für medizinische Datenmodelle? Welcher Nutzen ergibt sich daraus oder kann sich daraus ergeben? Also der grundsätzliche Ansatz ist, dass man Datenmodelle, nicht technisch gesprochen Formulare, dass man die breit zur Verfügung stellt, damit sie jeder benutzen kann und dass man auf diese Weise die Standardisierung fördert. Denn in der Standardisierung in der Medizin ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wenn Sie eine ernsthafte Erkrankung haben, zum Beispiel einen Herzinfarkt, wenn Sie den hier in Münster haben, in Berlin oder in Paris, wird das immer das gleiche medizinische Problem. Aber die Daten, die über Sie gesammelt werden, die sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Und deswegen braucht man ein Verfahren, wie man hier zu einer Standardisierung kommt. Das ist ein großes Problem, weil es zu viele Diagnosen gibt, weil es Medizin in verschiedenen Sprachen betrieben wird. Und da ist also Transparenz durch so ein System ein wichtiger Aspekt. Es geht also vielfach auch um Datenaustausch in der Medizin. Wie kann man den fördern? Wie kann das gelingen, dass das bei der Vielzahl an Daten, bei der Vielzahl an Sprachen, bei der Vielzahl an Diagnosen überhaupt funktioniert? Nun, ich denke, das Erste ist wirklich diese Transparenz, dass man mal diskutieren kann, sehen kann, welche Datenstrukturen werden verwendet, dass man sie selber auch verwenden kann. Und dass es auch systematisch organisiert wird, um den medizinischen Fortschritte aufzugreifen. Und ich meine, deswegen ist das ja als eine europäische Forschungsinfrastruktur anerkannt, wird von der DFG gefördert. Großes System, 16.000 Formulare, 400.000 Felder. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Unterfangen, um diesen Standardisierungsprozess zu unterstützen. Der kommt sowohl der medizinischen Forschung als auch der Patientenbehandlung zugute. Wenn der einfache Bürger von so etwas hört, dann hat er wahrscheinlich sofort im Hinterkopf, es geht um den digitalen Patienten, es geht um den gläsernen Patienten möglicherweise. Können Sie nachvollziehen, dass das für den einen oder anderen regelrecht bedrohlich klingt? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, die Sorge vor dem gläsernen Patienten. Datenschutz und Datensicherheit sind absolute Grundvoraussetzungen, damit Vertrauen in diese Systeme entstehen kann. Und es gab ja auch eine ganze Reihe von Vorfällen, die zeigen, dass es da Probleme gibt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir als Menschen, als Patienten, als Bürger kontrollieren können, was mit unseren Daten passiert. My data, my decision. Dazu gehört aber auch, dass wir zunächst überhaupt mal Zugang zu unseren Daten bekommen, dass nicht heimlich irgendwelche Leute bei uns Daten sammeln. Wenn das gelingt, dann steckt allerdings auch viel Positives für uns da drin. Das ist einerseits eine optimierte Diagnostik und Therapie und die medizinische Forschung, die profitiert auch davon. Apropos, im Moment steht die Medizininformatik ja vor allem für die Dokumentation von medizinischen Daten. Wo sehen Sie eine Weiterentwicklung? Auch im Sinne der Patienten möglicherweise? Natürlich. Also wir müssen die Bürokratie reduzieren. Wir müssen von der Dokumentation hin uns entwickeln zu einer klinischen Entscheidungsunterstützung. Dass diese Daten sinnvoll zusammengefasst aufbereitet werden, aber so ein System dann auch Erinnerungsfunktionen liefert. Zum Beispiel sagt, hier ist eine bestimmte Untersuchung jetzt wieder fällig oder bestimmte Medikamente passen vielleicht nicht zusammen. So etwas, was dann die Ärztinnen und Ärzte in ihrer Arbeit ganz konkret unterstützen kann. Aber der Arzt hat das letzte Wort. Das denke ich, der Patient hat das letzte Wort. Aber es sollte eine Entscheidung sein zwischen den Menschen. Und die Systeme sollten so gestaltet sein, dass sie die Menschen optimal unterstützen und nicht wir uns an die Technik anpassen müssen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dugas. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dugas.